Ja hallo herzlich willkommen hier Let's Play War No 40K Luigi Side mit mir Elo und wir haben den ewigen March, hier kann man aber auch nichts ändern, hier sollen wir die Orks auch angucken? Nein, also wir haben nur Tactical Marines und den Captain und der Captain, deswegen auch der ewige Gang, der ewige Marschieren, der muss hier hinten hin, ohne aufgehalten zu werden und er soll einmal seine Thunderfire Bombardement Ability benutzen, na gut, dann pushen wir doch mal da rein, gucken wir mal ob die Orks uns jetzt auch wieder so viele Probleme machen wie noch kürzlich, ich hoffe es ja ehrlich gesagt nicht, ich hoffe es ja ehrlich gesagt nicht, aber, schauen wir mal, ok wir sind Space Marines, wir leben um die Feinde des Imperators zu töten, so, also der muss da hin, dieses Bombardement Ding ist das hier, also in 5 Runden und da brauchen wir 5 so eine Teile für, wenn wir hier hingehen können wir schauen, dass wir die ersten Types umbringen, vielleicht 70 Prozent, ist irgendwie mehr als sonst, 82 Prozent, hm, na gut, hätte man doch erst auf den ganz rechts schießen sollen, ganz gut schaden jetzt an den da werde ich ins Schach gesetzt hmmm das kriegt gleich noch eine 52 scheint auch zu treffen und noch er kann auf mich schießen, ich aber nicht auf ihn, ok so jetzt müssen wir den stehen wir natürlich ziemlich frei wenn wir das machen wenn wir das aber nicht machen wir nehmen den Problem ist hier nicht raus nur mit der in der Klinge nicht geworden um seinen Kopf zu zerschmettern ne der war ja noch dran das ist ja dann nehmen wir hier sowas und sowas und schießen tun wir auch noch wir können ja maximal drei Schüsse gerade abkriegen wenn er jetzt hier hingeht das stimmt das stimmt Schüsse ab deswegen würde ich mich jetzt als nächstes auch weiter zurück schießen auch wenn die beiden nämlich nicht geklappt haben man geht eher dahin kann er mich scharf setzen aber ich kann ihn schlagen also gehen wir zurück Käpt'n heilen mit immer noch oberster Priorität dann an den Orks vorbeischießen offensichtlich manchmal ich mach mich aufensichtlich der zweite sitzt wenigstens an die Nerven von den Orks der umruhen umso besser ok gut da ist auch die Schachter irgendwo die die gut gefahren gemacht jetzt können wir ja nicht angreifen vernünftig peuvent mich dann weiter zurückziehen du würd quasi lieber in den in den Nahkampf gehen Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir da jetzt umfallen, ja. Na, das ist nicht englisch fertig. Wenn ich uns mal aus dem... aus dem Schussfeld... ...zu entfernen. Wir können ja noch nicht heilen. Hm, da jetzt natürlich so viel vorbeizuschießen, könnte sich als gefährlich erleiden. Weil der kann jetzt natürlich ihn hier nehmen und dann auf... Er zieht aber lieber erstmal noch mehr zusammen. Hm. Nee, auf jeden Fall nicht. Wir haben ja auch noch so viele Lebenspunkte. Das sieht ein bisschen nach Rückzug aus, ich gebe es zu. Das war, glaube ich, gerade irgendwie ein bisschen buggy. Na, bevor der nichts mehr... Okay, hat er immer eine Rüstung verkauft? Dann schlägt nach oben. Wir müssen gar nicht zu viel verstecken. Aber wir lernen auch, dass wir ihn nicht so einfach umbringen können. Wir müssen hier eine ganze Menge Lebenspunkte. Und dann können wir jetzt natürlich wieder was gehen. Okay, wir können hier noch nicht mehr zurück. Wir können hier jetzt natürlich wieder was gehen. Wir können hier jetzt wieder was gehen. Äh. Okay, Glück gehabt. Wenn noch ist es nicht vorbei. Ich habe einen vorbeigeschossen. Ich habe einen vorbeigeschmetall. Ich habe einen vorbeigeschossen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Schwung nach bittobat. Schwung nach vorne. Wenn ich wenigstens den Augenblick kriegen würde, dann würde ich helfen, aber, wie sie sehen, wird das nix. Ich ziehe den raus. Damit habe ich jetzt nicht so richtig gerechnet. Okay, ich gebe dem Schild. Ich gehe also wieder in eine etwas längere Auseinandersetzung. Und damit noch mal größere Probleme machen. Hm. Nein, das ist der falsche Spell. Zumindest auf das Schild. Ja, das ist ja ganz gut. Okay, so ein wenig drastisch. Oder auch? Ne, hat es vorbei gemacht. So, höchste Chancen uns auf alle Fälle umzulegen. Und wir müssen eigentlich auch weg, aber den werden wir nicht ganz schaffen. Aber nicht so. Okay, und dann müssen wir die Schöne machen. Und dann müssen wir die Schöne machen. so, in den unteren Ungel schieben, hmmm, konnte das so, umgekehrt werden, Hmm... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Das wird so schnell sein. Ihr ordentliches Taktik. Das ist das. Ja, das ist nicht... Das ist nicht... Gut, das lohnt auch nicht. Aber... Irgendwas ist ja immer ein Entsparmal. Er verliert sein... Snapshot-Hit. So, jetzt mal 5. Ehhh... Call heavy damage to all units in the white area. Destroi them all! Ein kleines Bombardement. Wow! Ein kleines Bombardement aus dem Orbit. Orbital Bombardement. Ich weiß nicht, dass ich das gesucht habe. Schild und die mit Anschlussung. Ja, das sitzt wahrscheinlich. Was ist das? Das ist doch relativ mehr. Wenn ich mit Schilden... Ich bin eingeschossen. Schilden ist... ...wichtig. Ich bin mit einem Plasmapistole. Warum hat meine Kippen eigentlich keine Plasmapistole? Ja. Kommt er noch mal. Er hat auch noch eine Steckbombe. Ok. Ok. Ja, so treffen wir den nur mit einem. Ähm... So kurz vorm Ziel... ...könnte das nochmal... ...schief gehen. Vielleicht doch ein 2 Sekunden. Den schieße ich sowieso nicht. Ja. Dann wollen wir lieber den Bromstrike. Ok. Gut. Der Goff haut aber eh ab. Dann würde ich sagen... ...ziehen wir diesmal durch. Und nachdem wir uns da ganz nach außen links durchgezogen haben... ...sind wir hier ganz gut durchgekommen. Wir haben sogar, glaube ich, auch XP mäßig. 2000 XP. Ja, das hat ganz gut geknallt. Und kommen somit zum... ...vierten. ...Beseat on all sides. Ähm... Wo... ...wieder... ...wir sollen den Stormboi und den Looter töten. Ähm... Ok. Gibt's XP und... ...Dienstpunkte für. Und wir sollen dann mindestens dreimal Life Leech benutzen. Und unser Librarian soll nicht sterben. Ok. Da ist der Stormboi, da ist der Looter. Gut. Das ist von mir ein... ...Devastor, wa? Der hier vorne... Ach ne. Doch da ist ein Devastor mittendrin. Der steht natürlich ein bisschen doof. Aber ok. Gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.